So, da sind wir auch schon wieder zurück mit der für mich ersten Aufgabe von den ganzen Osteraufgaben, nämlich Fliege mit einem Huhn 20 Meter weit. Grüße gehen da schon mal raus an Luca, weil er hat mir gesagt, an der Farm sollte ich hier am besten landen. Wir probieren das jetzt einfach mal aus und gucken, ob da wirklich Hühner sind, weil irgendwie bin ich mit Hühnern auf Kriegsfahrt. Ich finde irgendwie alles außer Hühner. Hühner sind für mich irgendwie gefühlt nicht im Spiel. Okay, wir gucken einfach mal, ob er recht behält. Ich hoffe jetzt, dass hier noch einige mit mir runtergehen. So, sehen tue ich mal noch keins. Die Hühner sind noch ziemlich klein. Natürlich habe ich Gegner bei mir. Ich hoffe, die ziehen durch. Ah, da unten ist das erste Huhn. Ich werde ja versuchen, direkt eins zu krallen. Wache, Wache, Wache. Ja, er hat sich direkt eins gegrallt, war klar. Ich bin jetzt schon mal weg. Er ist da unten beschäftigt. So, dann schlafen wir uns direkt mal einen Huhn. Komm her. Das ist ein bisschen verpackt. Oh, ich hatte das auch schon. Hallo, Huhn. Komm her, jetzt. Noch ein Gegner, war klar. Jetzt haben wir es. So, einfach da runter springen. Zack, einmal mit X oder wo ihr springen habt, springen und zack, 20 Meter. Nur, denkt dran, landet halt, wie gesagt, eine Farbe. Ihr habt gesehen, drei Hühner waren da. Aber ihr habt auch gesehen, es sind natürlich auch Gegner hier. Aber so könnt ihr es halt ganz simpel machen. Ich hoffe, ich konnte euch schon damit weiterhelfen. Gerne ein Dike dalassen, gerne ein Abo dalassen. Denn 80 Prozent, hört zu, 80 Prozent meiner Zuschauer haben kein Abo dagelassen. Also drückt mal die Zahl ein bisschen runter. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß mit den nächsten Aufgaben. Ich setze mich natürlich weiterhin. Und in dem Sinne, haut herein. Und in dem Sinne, haut hierin.